Da läuft hier oben einer über den Berg. Oh! Kaffee? Yo! Da hinten, guck mal, am Haus. Jetzt läuft der jetzt da vorne. 60 Kills! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hell Let Loose auf YouTube. Ich habe den Admin angefläht, dass wir diese Map gemeinsam spielen. Ich habe die erst einmal gesehen. Ich habe den Vermieter vom, vom, nee, hier, den Mieter, nee, wie nennt man das? Ach, scheiß drauf. Ich habe den Typen, dem der Server gehört, YouTube, ja, habe ich darum geangefläht, dass wir diese Map mal spielen müssen für YouTube. Und er meinte, klar, können wir machen, müssen wir irgendwann mal ein... Und ich glaube, ich glaube, jetzt sind wir hier. Das ist ja der Hammer. Diese Map habe ich erst legit einmal gespielt. Ich habe die noch nie, noch nie vorher wirklich gezockt. Die ist ultra offen. Und ich habe immer ein bisschen Schiss gehabt, als ich das einmal gezockt habe, dass wir hier so hardcore auf die Fresse kriegen die ganze Zeit. Aber jetzt sind wir hier drin. Ich wollte es unbedingt für YouTube machen und jetzt sind wir hier. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich mega. So. Wir machen mal die Alerts aus für die Zeit hier. Ich habe Bock. Ich habe fucking Bock. Und in meinem Team ist Florian. Mit dem haben wir gerade eben schon eine Runde Sniper gespielt auf einer anderen Map. Das heißt, nicht wundern, warum ich jetzt hier den Florian kenne. Wir haben gerade eben schon Bonding-Momente gehabt. Haben zusammen versucht, da rein zu eskalieren. Ja, und der Florian, der für mich jetzt auch den Sniper-Scout hier aufgemacht hat, der ist hier auf jeden Fall, ja, der hilft mir jetzt auf jeden Fall klar zu kommen. Florian, kennst du die Map? Ja, so ein bisschen tatsächlich. Ich habe sie als Sniper noch nicht gespielt, aber auch von meiner Favoriten tatsächlich. Aber da sollte ja auch jetzt das Schicksal in unseren Händen liegen, weil eigentlich wirkt die jetzt ziemlich offen. Das sollte für Sniper so offen sein. Ich mache Florian noch mal für uns ein wenig lauter, Leute. Einheit, machen wir noch ein bisschen lauter, damit wir den Florian auch hören. So, Chat. Ich bin auch laut genug. Ja, ich habe dich jetzt noch ein bisschen lauter gemacht. Easy. Alles klar. Erst mal ein bisschen blöd, wenn der Wagen halt so laut ist. Dann hat man sich gegenseitig so schlecht. Das ist, ja, ist halt so. Sagt, wenn wir aussteigen, ja? Ja. Ja, wir fahren auch gerade tatsächlich. Ja, doch, ist okay. Jetzt ist es ein bisschen laut. Jetzt ist es ein bisschen laut. Machen wir das jetzt mal so. So. So, Chat, seid ihr bereit? Ich hoffe, für dieses YouTube-Video, Freunde. Ich hoffe, dass das eine richtig asoziale Runde wird mit übertrieben vielen Kills. Das wünsche ich uns. Ich habe richtig Bock. Let's fucking go. Ich habe richtig Bock. Und Florian an meiner Seite. Tschüss. 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 Shoutout an Girl Cave. Hä? Let's go. Schterzig, ich bin raus. Ja, ja, ich sehe dich. Oh, guck mal. Alter, ich habe so einen krassen Scope auch. Der geht so tief rein. Geil. Junge, ich habe so Bock. Ich habe so Bock. Hast du noch die erste oder die zweite? Äh. Ne? Ich glaube, eine K oder so. Ich weiß, dass es zwei Varianten gibt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall hat die halt übel den geilen Scope. Ja, aber das wirklich. Bei den Standard Maps hat man ja mittlerweile auch so eine Halbautomatische. Das Ding geht ab. Ja, ja, ja. Die ist übel krank. Aber da musst du nicht ständig rausscopen zum Nachladen. Das ist krank. Ja, ja. Mit der kann man übel fetzen. So, die YouTube-Artsen gucken zu, Livestream-Chats. So, ich klicke mal direkt hin, dann gucke ich mal, ob ich was für dich entdecken kann. Ich sehe noch nicht ganz irgendwo. Könntest du noch meinen Stream leiser machen? Oh, ja. Oh, ja, 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 ja. Ja, den mache ich noch jetzt aus, Sekunde. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wer guckt mir denn überhaupt zu? Ja, jetzt bist du leidig. Serenio, danke für dein Tier 1, Herzlich Willkommen. Ah, sie haben auch schon gegnerische Sniper, die auf den Schieß nicht sehe gerade tatsächlich wieder links. Okay. Ich habe auch keine Ahnung von wo. Der müsste irgendwo hier drüben, glaube ich, liegen. Hab ihn, hab ihn. Let's fucking go. Echt? Yo. Nice. Das ist ja übel geil. Das ist das Gute, dass du so leichtes Delay hast im Stream. Da konnte ich gerade direkt sehen, wo du ihn getötet hast. Top, sehr gut. Da war aber noch einer, auf jeden Fall. Oh, da schießt noch wieder was. Hab ihn, hab ihn. Sehr gut, hast du. Sehr gut. Junge, das ist so geil. Pass auf, die rechte Seite. Guck mal, da am Turm steht wieder einer. Ganz offen. Das sind MG-Schütze, jetzt ist er gerade weg. Da hinten kommt auch noch einer bei der Box. Und hier rennt wieder einer. Oh, guck mal hier. Da. Da kommen sie alle hoch. Und hier noch weiter rechts. Ey, ich hab die Augen auf. Ich hab die Augen auf. Auch die ganze Zeit. I try. Oh mein Gott, ich stehe da so offen. Ich bin so scheiße in dem Spiel. Warte. Nein, nein, komm, schaffst du. Einfach reinhalten. Leute, nach vorne lehnen. Nach vorne lehnen. Aber da hast du eine ganz gute Position. Da kannst du, glaube ich, ganz gut snipen. Das ist schon mal gut. Ich darf einfach... Ich versuche noch unsere Flair reinzubringen. Und dann... Ich glaube, ich darf... Passt das. Ich muss eine OP setzen. Hups. Hä? Ich hab den Glauben an diese Menschheit verloren. Was? Hä? Hä? Habt ihr das gesehen? Ich brauch einen Außenposten, Flo, bitte. Ja, der kommt. Der kommt. Was? Ich hab da leicht drüber. Leicht on. Weit drüber. Bro, what the fuck? Da kommen noch Supplies runter. Kann ich ja noch gar nicht bauen. Ja, aber ich brauch Außenposten jetzt, Flo. Also, ohne Außenposten. Also, ich bin sauer. Ich such grad schnell ein bisschen Deckung. Weil sonst stirbst du direkt wieder. Das wollen wir nicht. Das gibt's doch nicht. Ich scheiß mich ein, Chat. Ich beeile mich. Gib mir eine Sekunde. Flo. Zeitdruck. Ja, komm, 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 komm. Paar Sekunden, paar Sekunden. Ich muss einfach nach unser Gebiet laufen. Ich bin sofort da. Das gibt's doch nicht, Alter. Junge, ich snipe. Da und snipe. 4, 3, 2, 1. Da ist er. Okay, 20 Sekunden. Das verzeih ich dir nochmal. Ah, das ist gut. Ja, ich wollte ihn nur gut setzen, sonst ist er gleich schon wieder weg. Das wollen wir ja nicht. Na klar, Florian. Also, wir haben auch ganz viel. So, jetzt aber. Okay, du musst für mich markieren. Da auf pingen ist, glaube ich, ein Kopf, der rauskommt. Bro, egal wo ich pieke, ich kriege Inseln auf die Fresse. Sekunde. Ja. Am besten du scoutest für mich die Sniper vor allem. Ach, hier, guck mal da, da liegt ein MG, da liegt ein MG. Das müssen wir rauskriegen. Ganz link. Down. Ja, das ist sehr gut. Dann haben wir noch, äh, schauen wir gleich mal weiter. Ja, ihr schießt immer mal, oh, so kurz. Haa, stirb! Das ist das Schlimmste, das hat man gerade. Stirb doch, bitte, hallo! Also, jetzt reicht's mir aber auch irgendwann. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Zeit für einen Sniper. Du, 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 äh. Oh, fuck. Da hat wieder einer MG aufgebaut. Da hat rechte Seite gepiekt gerade. Okay, also ich... Oh, guck mal ganz offen, ganz offen hier oben. Warte, warte! Der hat gerade unseren Mann da getötet. Da, steht er. Hörer, bitte! Ah! Ich bin so schlecht. Alles gut, Florian. Direkt dahinter müsste immer noch der Sniper sind. Habe ich. GG's in den Chat, wir bleiben fair. Hörer, der Kommandant hätte gerne was in dir. Hörer, wir bleiben fair, wir bleiben fair, wir bleiben fair, chat. Digga, das ist ja ein absolutes Shitfest. Ich treff nix, also... Hier kommt wieder einer raus. Warte, 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 ich lad nach, ich lad nach. Ich bin sofort bei dir. Ja, ja, kein Scheiß, kein Scheiß, der läuft so offen. Da, der, da oben, oh, der liegt, der liegt, jawohl, den kannst du nicht holen. Der liegt, jawohl. Ich glaube, das ist der am Turm, am Turm. Ja, das könnte sein. Weil, da guckt die ganze Zeit einer rum, aber ich, ums Verrecken, kann ich ihn nicht treffen. Insane. Da piekt er. Ums Verrecken nicht, es tut mir leid. Oh, hast du das gerade gesehen? Ja, er ist in die Luft geflogen, so, das war ich. Jungen, Florian, macht mich so nervös, Chat. Geil. So, ich schaue immer noch Schüsse rein, aber... Florian, was sagen deine Adelaugen? Äh, gerade... Hier, da kommt wieder einer raus. Nein, oh, hab ich noch gepinkt? Ja. Hap ihn, down, down, let's go. Nice, nice, nice. Florian, du nicht. Oh, der ist nice, lassen wir noch da, ich finde ihn. Ah, Florian. Danke für den Prime, let's go. Ich sehe leider überhaupt... So, da bin ich wieder. Safe von da oben, safe von da oben, Chat. Warte, ob ich den nächsten Schuss kassiere und da schießt schon wieder eine Sau auf uns. Luca, Luca, kannst du mir Ammo droppen? Ich brauche auch, ich brauche auch Ammo. Also, der ist weit hinten, der liegt irgendwie richtig versteckt. Oh. Er ist hinter den Kissen, Chat. Vielen, vielen Dank. Auf Ping sind zwei Mann. Danke dir. Oh, da liegt links, liegt einer auf dem Berg drauf. Den kann man auch sehr gut halten. Ah, shit, du bist tot. Oh, shit. Geht's dir gut? Alles gut, alles gut. Ex-Pars, vielen Dank für dein Tier 1, ich habe im 26 Monat, let's go. Ja, das war bitter. Ich hat zerrissen, ich hat zerrissen. Äh, ja, mir geht's gut. Okay. Ich weiß nicht, warum du fragst, warum es so ist. Sah akrobatisch aus. Ich habe nichts gemacht. Bringt hinlegen vielleicht was. Ja, aber das Ding ist, wenn ich mich hinlege, Leute, wenn ich mich hinlege, habe ich das Gefühl, dass ich dann vielleicht zu sehr aufs Maul kriege. Also, zu einfach. So, wenn die immer noch auf der linken Seite liegen. Da oben piekt er von einmal nach raus. Oh, ganz viel läuft gerade hinten wieder am Turm entlang. Rechts zum Turm. Ja, guck mal da. Oh, GG. Ich glaube, der hat das schon fliegen gehabt. Der Helm kommt so oft zu sich raus. Äh, ja, Florian, ich habe gerade die besten Kills meines Lebens gemacht. Achso. Ah. Äh, wo? Sehr gut. Äh, ja, warte, ich kriege den nochmal. Hier die Seite, da guckte die ganze Zeit einer hoch. Jetzt gerade sehe ich ihn auch nicht mehr. Und hier oben läuft der da ganz offen. Ich weiß jetzt, wie es... Florian, ich weiß, wie es geht. Der lebt noch. Ich weiß jetzt, wie es geht. Der lebt noch hier. Der lebt noch. Der verbindet sich. Jetzt ist er tot, glaube ich. Guck mal, wie offen. Warte, 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 warte. Okay, alles gut, alles gut. Junge, Leute, ich weiß jetzt, wie es geht. Also, wenn du zu mir kommen willst, könntest du das MG da rausnehmen, weil der aimt gerade auf uns. Ich habe noch einen Kill gemacht. Oh mein Gott, ich habe es jetzt drauf. Oh mein Gott, ich zerreiß die so hart. Nicer Schuss. Oh, Vorsicht. Alles gut, alles gut. Ich habe es jetzt so drauf. Jetzt habe ich es. Da liegt noch einer. Markieren, markieren, markieren. Dann kannst du ruhig hier auf die rechte Seite vom Berg laufen. Wenn du mal zu mir kommst, dann kannst du viel besser rein aimen. Ja, Digga, brauchst gar nicht versuchen, auf mich zu snipen. Wir werden gerade von der linken Seite ordentlich abgeballert. Ich versuche da gerade aufzuräumen. Ja, ich bin tot. Von der linken Seite, irgendwo ganz in der Pampa. Guck mal kurz. Achso, warte. Ja, ich gucke sofort. Junge, das macht so Bock. Die Map ist so geil für Sniper. Let's go. Ist das bescheuert. Ich lieb's. Okay, wait. Boom. Boom. Okay, 10 Sekunden. Let's fucking go, Leute. Let's go. Warum angemauelt? Du sagst, sag einfach, wir kommen nicht durch. Ja, hab ich schon gesagt. Sehr gut. Sag, wir kommen nicht durch. Und dann passt das schon. Sag einfach, wir machen unser Bestes. Okay, siehst du was? Flo? So, ich bin gerade gespawrt. Warte, warte. Ich bin gerade gespawrt. Ich guck sofort. Irgendwo in der Pampa saß einer. Ja, der ist sehr weit weg da oben. Dann hätten wir ihn da oben entstehen. Oh, der steht auch gar nicht. Der steht einfach ganz still. Ja, da ist jetzt so ein Panzer. Ja. Exakt oben auf dem Ping. Der liegt dann noch. Da läuft noch ein zweiter Rad hin. Und bei mir exakt auf dem Ping liegt ein MG. Hab ich. Let's go. Sehr, sehr gut. Ich hab's jetzt raus, Flo. Ich hab's raus. Ich muss mich ein bisschen einpendeln. Das ist perfekt. Ja, muss man echt wirklich. Also so dieses Snipe macht man echt nicht. Junge, 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 Chat. So, ich sehe jetzt gerade hier tatsächlich nichts mehr. Ja, ganz hinten auf Ping ist Panzer. Alles tu. Ja. Alter, Flo, ich hasse die alle weg. Oh, da liegt noch einer. Da guckt ein Kopf raus. Da guckt ein Kopf raus. Wo, 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 wo. Da auf Ping und Rudu meintest vorher. Der guckt da unter dem Klippenvorsprung raus. Der hat's über in die Fresse kassiert. Sehr guter Schuss. Das ist so geil. Ich muss sagen, wir holen's den Spot jetzt mal. Alter, ich... Also, sorry, wenn ich das so sage, aber... Ich... Ich mach hier alles kaputt. Das ist ja nicht mehr normal, Flo. Ich bin direkt hinter dir. Du und ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin so eine Maschine. What the fuck? Flo! Du hast... Ja, hast du recht, Goose. Aua. Flo, ich... Für dich. Ich renne rein. Mach das. Ich hab grad noch kurz im Screen gesehen. Junge, Flo, dich hat's so zerrissen. Aber das war irgendwie einer von uns, also... Ach, echt? Ja, ist zwar ein Teamkill, tatsächlich. Ich weiß nicht von wo und warum. Aua! So, ich geb von mir schnell die Flair auf den Spot. Oh, Chat, habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört, wie ich dem die Schädeldecke weggeballert hab? Junge, ding! Ding! Oh ja, oh ja. Oh! Alter, rest in peace. Rest in peace an alle Gegner. Oh mein Gott. Flo, ich pushe hier so hardcore rein. Gleich ohne Scheiß. Unironisch. Ich bin rechts von dir. Ich bin rechts von dir. Unterstütze dich. Unironisch entsteht gleich einfach so eine richtige Call-of-Duty-Quickscope-Montage. Ich sag's dir. Aber übelst. Würde ich feiern. Pass mal auf, Leute. Pass mal auf, Chat. Seid ihr bereit? Postet alle mal das Waiting-Emote in den Chat. Wir müssen aufpassen, wir haben direkt am Turm hier oben was. Oh, Ding-Dong, Ding-Dong. Warte, Chat. Von hinten. Junge, wie viele Kills hab ich? Ich bin am Turm dran. Ich hab 20 Infanterie-Abschüsse, Chat. Ich hab 20 Infanterie-Abschüsse. Oh mein Gott. Oh nein, er hat mich, verdammt. Der kann man hoch. Aber ich glaub, wir nehmen's ein. Ich glaube, wir nehmen's ein. Wenn wir um OP reingehen, ähm, linke Seite haben wir Gegner. Okay. Ihr habt 20 Kills mit mir der Sniper. Meine Fresse. Das ist insane. Das ist übel insane. Hä? Junge, ich bin so krass als Sniper. So, ich glaub, wenn wir dann den Spot eingenommen haben, wird's richtig asozial. Weil auf Treibstoff-Depot kann man so geisteskrank runtergucken. Okay, du brauchst, du musst mir jetzt erstmal den Sniper finden. Ja, bin schon dran. Der müsste irgendwo hier vorne am Gebäude stehen. Rechts nach vorne. Ich hab' ihn! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist so geil, Chat. What the fuck? Das sind aber noch mehr. Jetzt gerade, glaub ich, 22 oder so. Alter, läuft der richtig. Ey, Bro. Ich, also, sobald ich rausgefunden hab, wir bleiben fair. Aber sobald ich herausgefunden hab, wie man schießen muss, geht's richtig ab. Das stimmt. Ich spaw mal an der Garni in, äh, Wüstenrattengräben rein. Na klar. Alter, das ist so geil, Leute. Dann zie ich den wieder nach. Meine Fresse. Schmackofatz. 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 Wüstengraben. Ja, Wüstengraben haben wir eingenommen. Easy. Ich, 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 äh, spawner da. Nice. Oh, der ist aber noch rot. Wir haben noch gegner Klaus. Ah, irgendwo ist das, ja. Unterschätzt das mal nicht. Ich bin noch nicht mehr rot. Junge, das war ja so wild gerade. Also, die ganze Session ist ja jetzt schon legendär. Oh mein Gott. Okay, Augen auf. Bist du da? Ne, ne? Ja, ich, äh, ne. Ähm, ich wurde schon wieder vom Teamkiller geholt. Ach, natürlich. Ich bin gespawnt und wieder explodiert. Die wollen uns sabotieren. Flo. Aber sowas wollen. Ich frag mich nur die ganze Zeit, wo der hin steht. Ah, oh mein Gott. Wenn du mal auf der Map guckst, hinten in B5, da steht der mit einer Pack. Oh mein Gott, Leute. Das ist so asozial. Wo sind die? Wo sind die, chat? Oh mein Gott, man kann ja hier komplett runter gucken. What the fuck? Oh mein Gott. Das ist, das wird jetzt so wild. So, OP steht wieder. Okay, du musst mir jetzt unbedingt zeigen, wo die Gegner sind. Ne, ja. Bin schon dran. Das ist wild. Das ist zu wild. Ich kam grad zu dir an die Klippe. Irgendwo da hinten, wa? Ah ne, da steht ein Panzer von uns. Was? Was haben wir das jetzt auch schnell genommen haben? Viel zu schnell. Den Treibstoff, Dings. Ja, klar. Die brauchen länger da. Ne, er steht anscheinend im Panzer von uns. Deshalb. Ja. Und in mir haben wir auch gar keine Gegner unten. Wenn ich so gucke. Oh, wir haben ganz da hinten einen. Markier, markier. Der ist exakt drunter. Krieg ich easy. Pass auf. Den kriegst du. Wow. Ah, nicht ganz. Der steht da noch. Höher. Na ja, ich sehe ihn noch. Der bewegt sich noch. Der dreht sich noch links und rechts. Ja, jetzt ist er an Deckung gelaufen. Da läuft hier oben einer über den Berg. Hab ich? Yo. Alter, meiser Schuss. Ah, Bro. Und ja, da liegt halt nach wie vor immer noch der Typ. Oh, jetzt kommt er nach hinten raus, gekrochen. Der geht jetzt auf den Berg hier oben drauf. Ja, da guckt er, da guckt er, da guckt er. Und sieht den Kopf. Ich glaube, ich habe ihn getroffen, aber er ist down. Er ist down. Ja, kann sein. Junge, das ist so wild. Ist er bewegt oder nicht? Oben auf den Berg kommen wir noch direkt welche dahinter. Da auf dem Ping liegt auch wieder einer. Der ist dead, nice. 1A Schuss. Dann haben wir hier noch einen G. Der robbt da über dem Ping. Der ist nicht mal mehr meiner Render Distance. Oben auf dem Dach. Er liegt unter uns. Der Panzer hat mich geholt. Bro, sorry. What the fuck bin ich? Spielen gerade. Aber guck mal. Jeder Schuss. Jeder Schuss ist drin. Oh mein Gott. Das ist zu wild. Guck mal bitte deinen Stats nach, was der längste Abschuss war. Das möchte ich jetzt mal wissen. Der war doch geisteskrank weit. Oh, wir haben einen Feind hier oben. Guck mal hier oben. Ich bin tot. Ja, der... 500 Meter. Also 479 Meter. Oh mein Gott. Alter. Ich hab einfach einen halben Kilometer. Also ja, hier oben drauf liegt der Typ, der dich geholt hat. Junge ey. What the fuck. Das macht so Bock. Hab ihn. Das ist absurd. Wir bleiben fair, Chat. Wir bleiben fair. Unser OP ist aber rot. Wir bleiben fair. Klaus bei mir. Achso, ich muss ja... Du machst den OP wahrscheinlich gleich weg. Ja, ich muss erst nur spawnen. Ich hab das Spawn verkackt. Alter, das ist kriminell. Das ist kriminell, wie schnell ich jetzt gelernt habe, mit dieser Sniper umzugehen. Oh mein Gott. Jeder Schuss hittet. So, ich versuch mal neu zu spawnen. Dann setz ich uns... Ist jetzt noch jemand in der Umgebung? Wahrscheinlich nicht, ne? Alter, bro. What the fuck. Aber du musst unbedingt wieder für mich scouten. Das war grad eben zu insane. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Also der eine, wo der Typ da über den Berg gelaufen ist. Der war wirklich krank geschlossen. Das war wild. Junge. Da liegt einer. Das ist halt das geile auf dieser Map. Du kannst halt auch einfach mit einem stinknormalen Karabiner teilweise so übelst auf Entfernung snipen. Da braucht man manchmal gar keinen Scope für. Okay, wartet mal Chat. Wartet mal Chat. Oh warte, noch weiter hier unten. Einer tot. Oh, was? Ich lad nach, ich lad nach. Ich muss kurz nachladen. Sekunde. Ja, kein Stress. Jetzt läuft er hier runter. Aber wir haben da exakt auf meinem Pink einen Typ liegen. Mit dem G gerade. Der hier liegt immer noch da. Hä? Mein, mein Visier. Ach, ich bin tot. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Wartet Leute, wartet. Waiting Emote, Waiting Emote. Ganz wichtig, Waiting Emote. Jetzt schieß doch. Oh, ich hab ihn gehintet. Ich hab ihn gehintet. Ich bin so gut. Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn erschossen. Ich hab ihn erschossen. Wo haben wir denn hier wieder was? Ich bin so gut in diesem Spiel. What the? Ich hab ihn erschossen. Ich, ich morde. Bro. Ich, ich töte gerade das gesamte Gegnerteam. Es ist so wild. Wichtig, wichtig, wichtig. Hier auf Pink liegt wieder einer. Also die Pinks sind übrigens exakt, ne? Also hier exakt auf dem Pink. Oder knapp da drüber liegt auch wieder einer. Wer, wer, wen meinst du nochmal? Wen meinst du nochmal? Der, der gerade, wo der Kopf explodiert ist? Nee, nee, der da. Oder wenn du den hast. Oh, ich glaub der bewegt sich noch hier auf Pink. Ich seh einfach noch alles bei mir rot leuchten die ganze Zeit, weil die Leute im Blut. Alter, es ist so wild, Chat. Digitale, digitale Ermordung. Der ist jetzt direkt da neben dem Stein. Auf Pink steht noch einer. Der kniet sich da gerade hin. Jetzt laufen zu vorne. Guck mal, hier kommen zwei süße Panzer angeballert. Alter, es macht so Bock. Holy shit. Da auf Pink liegt einer. Knapp links davon. Da wo jetzt die Smoke hochkommt. Oh, der ist tot. Okay, jetzt gerade habe ich eine kleine Durststrecke, bin ich ehrlich. Okay, also ja, hier auf Pink laufen die ganze Zeit ganz viele Gegner rum. Da hinten haut noch wieder einer. Ich hoffe, du kannst den sehen. Okay, jetzt läuft er weiter. Okay, bin down, bin down. Alter, das ist so geil. Es ist so geil. Es ist so geil. Ich habe so... Bro, wie die Kugel fliegt. Es ist so der Hammer. Alter Schwede. Das macht der so Bock. Florian, ich sage dir ehrlich, ich liebe diese Schwede. Ich habe direkt ein Ziel für dich. Wo sind die 10er Subbomben hier im Chat, frage ich mich, YouTube-Zuschauer. Hä? Ich mache hier so eine Performance. Da guckt A, Moment. Oh, hier, das ist viel besser. Florian, Florian, ich bin so... Warte, warte. Wo? Direkt über meinen Pink. Ja, warte, warte, warte. Jetzt läuft er los. Warte, warte, den kriege ich. Hier robt er jetzt. Hier robt er. Oh, der ist los. Master Vampy. Danke für die 10 Gifted Subs. Da oben liegt auch noch einer rum. Der wird jetzt ganz schön unterwegs. What the fuck. Startsieg. Ja, ja, Mann. 6 an drauf. Okay, warte. Ich bin bei dir, Flo. Ja, alles klar. Guck mal hier oben auf dem Berg. Kannst du den sehen? Warte, warte. Oh, das wäre ein neuer Rekord. Ich glaube, der ist tot. Oh, mein Gott. Ey, die Rennerdistance ist, by the way, nur 500 Meter. Gehe ich einen Schritt zurück, sehe ich die nicht mehr. Okay, da sind wir gut drauf. Flo, Flo, Flo. Pass auf, pass auf. Der Panzer, der Panzer, der Panzer. Ey, Ruski. Ruski, vielen lieben Dank für deine 10. Und Trick Billy, Dankeschön für deinen Gifted Subs. Danke an euch drei, Leute. Ihr seid insane. Dankeschön. Junge, ey, ist das geil. Ist das geil. Und danke für deinen Prime Green Fox. YouTube-Zuschauer, sorry, dass ich mich hier bei den Subs bedanke, ne? Ich weiß, ihr hasst das so ein bisschen, aber... weil der Panzer gerade auf und so... Ja, 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 ja. Junge, Junge. Hermann, alles gut? Ja, ja, bei dir Ja, ey, Bro, ich bin so am snipen, Hermann Die Scheiße ist so am dampfen Ja, Florian auf die Eins, let's go Ja, ich seh's, ich seh's Florian! Ja, da vorne liegt Florian Geh zu ihm, los Florian liegt da vorne rechts Markier, markier, markier Der macht das, der macht das, jawohl Guck mal, der da hockt da Der hockt da ganz still unter dem Felsausbruch Das war, glaub ich, ein Offizier Jetzt liegt er da Wenn du zu mir rüberkommst, kannst du ihn sehen Ah, ey, okay, ich komm rüber, ich komm rüber Ich komm rüber W-Tricks, danke für dein Gifted Sub Dankeschön Und H-On, danke für dein Prime Ey, sorry, YouTube-Zuschauer Manchmal muss ich mich einfach bedanken für die Subs Sorry, ich will euch nicht die Magie zerstören Okay, Flo, du und ich, let's go, markier Da, aufpinken, aufpinken, aufpinken Der liegt da Wer? Sehr gut, guter Schuss So, dann haben wir hier oben Oh, guck mal, hier oben drauf, da reichen Ich bin so Ich bin so Inke ist ein MG Sehr gut Flo Ich bin dir so dankbar, dass du heute hier mein Teammate bist Meine Fresse Ey, es freut mich Also, ich bin auch wirklich, also Ist cool, mal mit dir zusammenzuspielen Wenn man so meine YouTube-Videos guckt Oh, Flo, ich fick die alle weg, sorry Ich find's super Ja? Das ist doch perfekt Ich bin ein bisschen enttäuscht Guck mal, da kommen noch mehr Da läuft schon wieder einer bei den Wingen Jetzt bin ich dein Commander Und jetzt sagst du Ne, wir müssen Dass ihr meine Befehle kurieren wollt Das ist nicht okay Das hab ich, das hab ich nie gesagt Das hab ich nie gesagt Du hast keine Beweise, Herr Commander Du hast keine Beweise Auf, Ring Okay, den hab ich nicht gekillt, aber Junge, wir machen, wir machen die so lang Ja, okay Hast du den da oben noch geholt? Ja, hab ich Ja, ja, ja Alter Da liegt aber noch einer hinter Da kommt, glaub ich, einer hoch Ey, das ist das beste Hell-Let-Lose-Video Was ich jemals in meinem Leben gemacht habe Das ist das beste Hell-Let-Lose-Video Was es auf Auf, also Junge, Sterzig, wie viele Kills hast du schon? Ich geh mal grad ein bisschen näher ran Dann kann ich mich besser scouten Na komm, Pipi Oh, guck mal da Links auf dem Berg Ey, Ruski Was soll ich sagen? Dankeschön für die fucking 20 Gifted Subs YouTube-Zuschauer Deal with it I'm sorry that I thank for my Subs Danke für die 20 fucking Gifted Subs, Ruski Appreciate it Und Oschi Danke für die 5 Gifted Subs Danke, Mann Und Drecki Danke für deinen Gifted Subs Danke für eure ganzen Gifte YouTube-Zuschauer, es tut mir leid Ich muss mich bedanken Ich muss mich auch mal bedanken So, Flo Wie sieht's aus? Ja, gib mir grad einen Moment Ich muss einfach ein bisschen nach vorne laufen Das ist so insane Das ist so insane, was hier gerade passiert Ganz, zwei, ganz viel da oben auf dem Berg Da liegen drei Mann mindestens Alter Schwede, ist das heftig, Leute Ich glaub, der hat mich auch gesnipen Okay, ich seh halt gerade niemand mehr Ich komm mal zu dir nach unten Ja, ich bin mal gestorben Okay, dann geh ich mal ein bisschen weiter auf den Vorsprung hier Das ist alles so wild So, ich muss einmal kurz hinten rein Bro, ich hab Ich hab 36 Kills Bleib ruhig da oben, du hast ja eine perfekte Position Ich hab 36 Kills Meine Fresse 36 Snipes Degel Aber von wo kommen die denn jetzt? Frage ich mich Danke für eure ganzen Subs, Leute Nochmal, vielen, vielen lieben Dank Das ist super, super lieb Und da sind sie Der sitzt doch da noch, oder? Nee, er ist weg Okay Boah Florian 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 wurde gekickt Er hat die Befehlskette missachtet Nein Florian Nein Der ist für dich, Flo Oh Mann, bin ich krass in dem Spiel Der ist für dich, Flo Flo, die sind alle für dich Flo, die sind alle für dich Was soll ich sagen? Oh mein fucking Gott Flo hat's zerrissen Flo hat's einfach zerrissen Ey, ich hab keinen Plan, was ich sagen soll Kommt Flo jetzt hier wieder rein? Alter, einmal Rest in Peace, Flo In die Kommentare Rest in Peace, Florian Die haben Flo gekickt Die haben Flo einfach rausgeworfen Rest in Peace, Florian Das ist nicht Das ist krass Ey, Florian Deine Legacy geht weiter Deine Legacy geht weiter Boah, ey Scheiße mich an Das ist insane, Alter Es gibt Crossplay in Hell at Loose, ja Die haben den Okay, passt mal auf, Leute Für all die, die wahrscheinlich nicht Die nicht verstehen, warum Warum Florian jetzt gekickt wurde Als Squad Leader Hast du in dem Spiel Theoretisch Die Aufgabe Dass du Die Befehle Des Kommandanten Das ist der hier oben Ausführen Musst Wenn du dich aber nicht meldest Irgend Da ist Florian Da ist Florian Da ist Florian Florian, komm Florian Florian, komm rein Erstmal hätte ich Florian Florian, komm Komm Come back Come back Chat Florian, komm back Okay, warte Den kriege ich Den kriege ich Ich bin so ein Gott In diesem Spiel Auf jeder Ebene Kommt, aber Guck mal Flo Warte mal Kommt Flo jetzt Der, kommt der überhaupt Noch rein Bei mir Ich bin so ein Verkackt Krasser Sniper Zu viele Spieler Fuck Bro Ich weiß nicht Was die wollen Ich hab 42 Kills mit der Sniper Das ist so wild Zu viele Spieler Ausschließen Ich kann Leute Kicken Ich kann Leute Kicken Kann ich Leute Kicken Chat Haben wir Hypetrain Wahrscheinlich Wahrscheinlich weil ich VIP bin Das kann sein Aber ich werfe jetzt Keine Leute raus Nur damit Damit hier Dings reinkommt Oder Das kann ich ja Nicht machen Das ist wirklich so ein Comeback Florian Ich bin wieder da Oh mein Gott Endlich Ich hab's gerade alles im Stream verfolgt Junge Du hittest ja Geisteskrank Ja Ich sag's doch die ganze Zeit Florian ist back Let's go Junge Das läuft ja richtig rund Ja ich glaube ich wurde gekickt Weil ich liebe Failskette Ja natürlich Ist mir auch schon passiert Ey aber alles Egal was du tust Egal was du tust Diskutieren nicht Mit dem Admin Nicht diskutieren Oh Sniper von uns Ja aber der ist lange nicht so gut wie ich Der trifft nix Der ist wirklich Bro ich treff hier Schüsse Von denen träumst du nachts Ja ich hab's gesehen Ich hab die ganze Dieses Ding Schön die Headshots verteilt Haben wir gerade Golden Kappa im Chat Ist das Golden Kappa Ich weiß nicht Was bringt der denn nochmal Aber ich seh leider noch nicht Wo der Schuss Wir haben einen da hinten Ist das Ist das nicht krass Ne ne War das nicht früher mal krass Sieht geil aus War das nicht mal irgendwie Einer von Zehntausend Oder so Guck mal da hinten läuft er Ich bin so krass In dem Spiel Nochmal markieren bitte Ja jetzt seh ich ihn gerade selber nicht mehr Er hat sich gerade verzogen Okay Alter Florian Willkommen zurück Let's go Warte Warte kannst du da hinten Guck mal am Haus Das läuft da vorne Uff alter Und wir haben irgendwo Hier glaub Da hab mich einer getroffen Alls you Bleib unten Bleib unten Alter das ist so gottlos Das ist so gottlos Wie wir hier Alter guck mal Der Serverinhaber hat geschrieben Der Bot Das war der Bot Wenn dein Pink zu hoch dreht Ja Habs auch gesehen Okay krass Ich glaub das ist bei dir im Chat Ne Ja ja Pindu und ich Wir sind wie Geschwister quasi Warst ein korrekter Typ Ah guck mal Ich hab ihn Hier da 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 liegt er Da liegt er Okay du musst mal Ein Sniper suchen Ich weiß nicht wo er ist Aber aus genau der Richtung Kommt auch ein Sniper Ich bin schon dabei Junge das ist eine gottlose Zerreißung Ich weiß nicht was ich sagen soll Wir zerreißen hier wirklich Übertrieben die Gegner Ich glaub ich hab ihn Guck mal Da vorne an der Ecke liegt er Der Pink ist akkurat Jetzt läuft er Ah jetzt ist er immer noch da Jetzt ist er nach hinten Jaja aber jetzt hat er sich verpisst Weil er Angst hat Aber das ist er auf jeden Fall Das ist er auf jeden Fall Jaja ich glaub ja Oh da ist er wieder Da ist er wieder Guck mal da läuft er Die Drecksau Okay den krieg ich Warte Okay den hab ich leider nicht bekommen Aber jemand anders Aber ein anderer Sehr gut Leute Vielen 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 Dank Für eure ganzen Gifte Zaps Es ist super super insane Vielen vielen Dank Oh warte Guck mal hier vorne Da Der steht sogar Oh mein Gott Und guck mal Da oben läuft einer Den Berg hoch Ah shit Knappes Ding Da auf dem Ping Kommen sie auch manchmal raus Ja ich lad nach Ich lad nach Ja ich hab mal Marker gesetzt Oh ne Garni Alter Hast du mal was sinnvolles gemacht Ja die müsste da hinten sein Also da spawnen sie da Jetzt läuft einer da oben Im Berg hoch Zwei Mann sogar Einer ein bisschen tiefer Der andere Oh der hockt da Guck mal da Ja wenn die sich bewegen Ist schwierig Alter Flo Flo ist zurück Und es läuft Flo ist zurück Und es läuft einfach Wir können aber auch gerne Mal ein Stück nach vorne gehen Macht das Sinn für uns? Ja ist halt dann einfacher Die bewegenden Ziele zu treffen Da hast du recht Ja komm Let's go Wollen wir mal nach 40 Minuten Gameplay Die Stellung wechseln Ist ihm so? Oh guck mal da oben Da oben hockt einer Der ist sogar recht still Und hier auf dem Ping Läuft gerade im G lang Warte 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 Der kommt jetzt hier rechts rüber Warte 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 Oh guck mal der steht still Der steht still Der steht still Nein jetzt kommt er Einen Schuss noch Ich hab ihn Aber er liegt nach Vor hier Guck mal da liegt er Ja ja warte 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 Oh wait 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 Alter ich treffe ihn nicht Jetzt treffe ich ihn nicht Den kriegst du den kriegst du Den kriegst du Jetzt ist er still Warte 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 Du musst nachladen Nein er steht auf Okay der hockt aber noch Jetzt steht er ganz still Oh ich bin tot Ich bin tot GG's Fuck Shit okay Ey ich hab so lange überlebt Von rechts der Schuss glaube ich Holy shit hab ich lange überlebt Meine Fresse Okay vielleicht mal außenposten bei dir Ich komm zu dir dann Ja von rechts haben wir Schuss Wie viele Kills mittlerweile 46 hab ich 46 Kills Ja oder wir spawnen bei der Garni oben Ja das mein ich Okay dann nehm ich die die am nächsten da dran ist Ich glaub wir sind Ja also Bringt ja nichts Alter Leute das ist so wild H3 würd ich nicht 46 aber auch 50 50er Bombe holen wir Chad 100 Pro Von da solltest du wieder richtig gut Alter YouTube Zuschauer Wisst ihr eigentlich wie heftig das ist Sowas hatte ich noch nie Wir haben so eskalativ viele Kills 46 Kills Ich hab so krass viele heftige Shots gemacht Da schießt ne MG rein Okay wir spawnen nochmal da rein Ich lebe noch Ich lebe tot Schade Ja vielleicht ist doch besser wenn wir ein bisschen weiter entfernt sind Dann treib ich noch die Sunny 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 Scheiße Sunny kam nicht zu mir durch Sunny kam leider nicht zu mir durch Junge das ist alles so wild Oh guck mal Ich hab hier Direkt was entdeckt hinter uns Ich werde aber auch schon besnipet von hier Was ist das denn? Okay ich spawn Ich spawn ein bisschen weiter hinten Beim Treibstoffdepot Und gucke dass wir vielleicht doch noch irgendwie Guck mal hier ist auch Infanterie anscheinend Wir versuchen uns da mal Einen Spot irgendwie zu holen Hacker glaube ich nicht Nein Okay Entspannend Ja also wenn du magst kannst du An der gar nicht in Treibstoffdepot spawnen Habe ich habe ich bin ich Ich sitze hier schon Sehr gut dann Musst du vorsichtig sein Wir haben hier Gegner Ich laufe gerade mal weg Dann kann ich da so 4 hochziehen Okay Flo ich komm zu dir Sehr gut Alter Schwede ist das geil Das war grad echt so unlucky Dass ich dann wegen meinem Ping gekickt werde Ja das ist unlucky aber ist okay Irgendwo snipet jemand auf mich Ich hab keine Ahnung von wo Okay aber ich glaube ich soll gleich safe Ich hab hier mal nachgezogen Ich versuch mal zu spotten Ja ja ich werde hier Abgebildert von irgendwo Der schießt doch irgendwo hier aus der Mitte Zumindest hat er mich eben von da mal getötet Ich glaube ich seh ihn halt einfach nicht Ho ich hab ihn Habt ihr das Geräusch gehört Chat? Ja ja der schießt auf mich Ich hab keine Ahnung von wo Ich weiß es nicht Ja es müsste irgendwo hier der Berg sein Ja Es sind auch grad sogar 2 die schießen Ja ja ich hörs Oh warte guck mal hier hinter uns laufen Da schießt einer Vom Ping Vom Ping? Okay wait 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 Ja da ist noch ein OP Da steht direkt ein OP Zwei Mann liegen da Einer ist durch und down Direkt links davon liegt noch einer Nice Wenn du jetzt noch guckst Da läuft noch einer da runter Warte ich lad nach Ich lad nach Ich hol die alle weg Ich hol die alle weg Ich räum die alle auf Ja alles klar Guck mal auf Ping ist ein Mg Sekunde Ich hab hier einen Kloß weggemacht Sehr gut Weitermachen 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 Guck mal da oben läuft einer In den Fuß Und hier kommen sie auf den Berg runter Einer ist jetzt gerade dahinter gelaufen Der andere rennt hier hinter Ich muss nachladen Ich muss nachladen Ich muss nachladen Ich muss nachladen Sekunde Alter Ja ja kein Stress Kein Stress Alter ist das so insane Der liegt hier still in der Ecke Und sein Kumpane läuft da gerade zu ihm Und ich habe auch ihren OP entdeckt MG down Sehr gut Sehr gut Mate auch Alter Da fallen sie gerade alle Also du kannst gerne mal gucken Hier vorne Er auch Okay der ist tot Sehr gut Da oben ist vorne auch Hier guck 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 Okay der wird irgendwo noch weiter rechts stehen Ist down Junge Habt ihr eine Ahnung Chat Was hier gerade passiert Ich bin tot Schade Ich räume weiter auf Ich räume weiter auf Sehr gut Die sind so geknackt Oh jetzt bin ich down Junge Wie viel habe ich? OP 55 Kills Also wir können da direkt weitermachen Alter Stark 55 Kills Alter Junge 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 Ich bin so ein Macher Ich habe direkt das nächste Ziel für dich Warno Vielen lieben Dank nochmal für deinen Sub Ich weiß nicht wann der kam Aber let's fucking go 5 Sekunden 5 Sekunden Ja Ist gut Ich glaube Ja Ich bin wieder da Ich schaue direkt mal weiter Wenn ich noch was sehe Oh ja Guck mal hier Da piekt einer Okay Ich sehe nicht mehr Ja ich schaue mal weiter Okay wir haben nach wie vor den 1 OP da oben Okay den hast du wohl Sehr gut Hier oben liegt noch einer Da Direkt über dem Ping liegt das im Game Alter Schwede Kann man Kann man außen posten Mit ner Sniper einfach so zerstören Sekunde Ne das kannst du nur wenn du mit ner Atea Gun drauf schießt oder wenn du halt in die Nähe davon kommst Oder halt Granaten Irgendwann ein Explosives Okay der Typ ist down Oh ich werde abgeknallt Ich werde abgeknallt Such mal einen Sniper Such mal einen Sniper Sehr gut Da liegt noch einer rechte Seite Ich habe gerade ein Triple Feet gemacht Bro Ich mache die alle so lang Da liegt aber immer noch einer Hier auf dem Ping Muss mich heilen Muss mich heilen Ich werde hier gerade von einem MG Sag mal wo es MG ist Hier oben ist ein Sniper Auf Ping Der schießt auf uns Und links davon ist dann sein Kollege Kollege down Ich bin so krank in dem Spiel Runde ist jetzt aber auch durch Wir haben jetzt gleich gewonnen Ja es MG hat mich Ja Vielen Dank für mich fürs Spiel G Fucking G Holy shit 60 Kills Boah Alter 60 Kills In Hell at Lose Mit der Sniper Fucking hell Getroffene Schüsse 70 Fucking hell Flo Wo ist Flo im Chat Wo ist Flo 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 Flobo Flobo 26 Herzlich Willkommen im VIP Club Meine Damen und Herren Liebe YouTube Zuschauer Das war eine heftige Runde Hell at Lose Ich glaube das können wir einfach als Video so stehen lassen Meine lieben Leute auf YouTube Die letzten Worte würde ich dem Livestream Chat überlassen Ich lehne mich ganz kurz einmal zurück Und komme auf mein Leben klar Weil 60 Kills Macht Macht das nach Bis zum nächsten Video Tschüss Run of Boys Char 아까 3 3 1 2 P